Was ist denn das Gegenteil von künstlicher Intelligenz? Natürliche Dummheit? Ich bin ja gerade beim Bäcker meines Vertrauens gewesen. Auf dem Weg hierher komme ich immer beim Bäcker vorbei. Und dieses Mal habe ich gedacht, weißt du was, ich bringe uns einfach mal ein bisschen Schleckerei mit. Was ich nicht eigentlich kalkuliert habe, war, dass da eine Frau hinter der Theke war, die den Beruf des Verkäufers eher gemächlich zelebriert. Mit den Worten meines Vorredners, kann ich acht Amerikaner haben, begann das Unheil. Das war jetzt also eine Aufgabe für sie, sie war jetzt auch alleine in dem Laden. Acht Amerikaner war jetzt schon mal ein Ding. Also man scheitert ja an diversen Aufgaben. Erstmal, welches Tablett? Also welches Tablett ist überhaupt groß genug für acht Amerikaner? Das sind ja solche Taler. So, ich dachte, sie hätte jetzt beim Einwohnermeldeamt angerufen oder so. So, ja, ja, genau, das hatte sie nebenbei organisiert, deswegen war sie auch so lange beschäftigt. Nein, also acht Amerikaner hier so groß irgendwie, da wollte er jetzt haben, welches Tablett? So, dann bis die Entscheidung mal gefallen war auf das Rundtablett. Okay, alles klar. Dann die Zange, darfst du ja nicht mit dem Finger anpacken. Dann also mit der Zange den ersten drauf, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften. Und dann war eine Lücke zwischen dem fünften und dem ersten. Okay, alles klar. Wie sollten jetzt die anderen drei noch da oben drauf? Also, einen noch dazwischen, einen noch in die Mitte gelegt, da waren es nur noch zwei. Äh, eine Minute wieder vorbei. Kam sie auf die Idee, vielleicht wenn man da Papier oben drauf macht, dass man dann die anderen zwei noch oben drauflegen darf. Erst Kunde fragen, darf ich das? Ja, ja, machen Sie mal irgendwie. So, jetzt hatte sie die acht da drauf, war schon rüber auf die andere Seite der Theke, wo sie das Tablett dann hingestellt hatte. Dann wieder zurück, dann zog sie ein langes Papier ab, das sie dann wieder zur anderen Seite brachte. Dann zurück zum Tesafilm-Roller und daran erkennst du nämlich den Unterschied zwischen Verkäuferin im Bäckereiladen und Bäckereifachverkäuferin. Die Verkäuferin im Bäckereiladen macht nämlich die Verpackung mit Tesafilm zu, sehr aufwendig, so als wenn du die zum Hinkuss schicken könntest. Und die Bäckereifachverkäuferin faltet innerhalb von 13 Sekunden das Paket so, dass es nie wieder aufgeht, bevor du es dann zu Hause aufmachst. So, das ist der Unterschied. Kannst daran erkennen auf jeden Fall. So, jetzt dauerte diese komplette Aktion und sie war gerade dabei, das Papiertuch zuzumachen. Da sagte der Kunde vor mir, sagte dann, ach, nehmen Sie den neunten auch noch mit drauf, der sieht so einsam aus. Ei. Immerhin hat er passend bezahlt und dann kam ich an die Reihe und dann wollte sie jetzt auch beweisen, dass sie möglichst schnell diese leckeren Quarkbällchen in die Tüte rein springen lassen konnte. Und die hüpften dann quasi von ihrer Gabel und ich habe schon darauf gewartet, dass einer daneben springt, aber dann hat sie es noch gerade so hingekriegt. Nein, arbeiten alle viel. Ich will mich da auch nicht weiter darüber lustig machen, aber es war schon ein kurioses Erlebnis zu wissen, dass man eigentlich pünktlich sein könnte. Ja gut, das erklärt zumindest deine akademische Viertelstunde heute mal wieder. Ja, ich entschuldige mich auch dafür, aber heute am grünen Donnerstag, an so einem bummeligen grünen Donnerstag, übrigens danke für den Kaffee, muss ich wirklich sagen, haben sie aber auch nichts unversucht gelassen, um mich tatsächlich von hier wegzuhalten. Das hat aber mir die Chance gegeben, eine Viertelstunde länger zu heizen, damit du dich heute nicht wieder beschwerst, dass es dir zu frisch ist. Ja. Ist mir das gelungen? Frei nach Udo Lindenberg, wenn die Heizer kommen und rocken und rollen. Alles gut, ich habe ja heute einen langen Pullover an, obwohl es draußen schon 70 Grad sind, alles dufte. Ich habe Zucker im Blut, es kann richtig abgehen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und muss im Holtwicker Storia Mastering Studio mir gegenüber der brillant frisierte und wunderbar aussehende, die goldenen Ohren von Holtwick, Björn Schlüter, schön, dass ich da sein darf. Gut gerettet, gut gerettet. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht diesen blöden Spruch von Bodo Bach bringe. Schön, dass ich da sein muss, ich hätte da mal gern ein Problem. Ja, und zu mir gegenüber natürlich die musikalische Fachkompetenz des Münsterlandes, übrigens, wie ich jetzt gelernt habe, kennt den wirklich auch jeder komischerweise in Münsterland, mit dem ich zu tun habe, der liebe Jonas Wagner. Moin, moin, moin. Moin, moin, schön, dass wir da sind. Tatsächlich, heute ist ein bummeliger Donnerstag, grün Donnerstag sogar. Heute ist der grüne Donnerstag und es waren alle unterwegs, die auf jeden Fall sicherstellen wollten, weil man ja morgen nicht mehr einkaufen kann, dass man heute nochmal losgeht. Das Auto ist bezahlt, also muss ja einmal die Woche bewegt werden. Ist ja egal, ob da 50 steht. Also 30 sind locker drin irgendwie, wenn man mal so richtig rasen will, auch mal 35. Und bei 70 kann man durchaus so 50 fahren und bei 190 oder 80. Und wenn du dann noch einen Schwertransporter vor dir hast, welcome to the Münsterland. Aber das gab mir zumindest die Gelegenheit am Daroper Berg, so ein bisschen die Gegend zu genießen. Einfach mal zu sagen, ja, muss ich ja nicht. Aber Daroper Berg ist jetzt auch nicht so schön eigentlich. Wenn du oben runterkommst vom Daroper Berg, das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber wenn du da runterkommst, auf der rechten Seite ist Kloster Gerlewe und dann kommst du runter und fährst dort. Also Münsterland ist schon schön, kann man schon sagen. Und deswegen lade ich dich auch heute zu Quarkbällchen ein, wenn es knistert für die Leute an den Empfangsgeräten. Das liegt nun mal daran, dass ich eine Papiertüte in der Hand habe und dem lieben Björn jetzt mal, wenn er schmatzen sollte, seht es ihm nach. Es ist aber auch wirklich köstlich. Ja, also wir können es ja sagen, wir machen ja Fernsehen, ne? Wir mussten natürlich vorher schon mal kosten kurz. Ja. Hm. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich beim Essen auf einer Kamera aussehen könnte. Scheiße. Aber da wir ja von der Bühne kommen, ist es uns ja egal, wie wir aussehen. Schlimmer, als dass ich jetzt komplett mit Zucker besudelt bin. Aber es passt sich ins Farbschema eigentlich ganz gut ein. Ja, passt auf jeden Fall. Ja. Ich hatte heute so viel zu tun, als kam aber mehr so aus dem Nichts heraus. Könnte das was damit zu tun haben, dass momentan ziemlich teure Plugins verschenkt werden? Genau damit. Habe ich aber überhaupt nicht mit gerechnet. Ich gucke ja immer, dass ich normalerweise Themenvielfalt so im Blog habe. Und letzte Woche habe ich ja über die Spark-Plugins von Universal Audio gesprochen. Einfach, weil ich Universal Audio Plugins habe und die dann kostenlos jetzt auch ohne DSP-Karten benutzen konnte. Achso. Hast du gar nicht mitgekriegt? Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, gut. Die haben einen neuen Service rausgebracht, wo du dann, wenn du einen iLog hast, kannst du die Plugins, die die auf diesen Service rausgebracht haben, kannst du darauf registrieren und kannst dann auch ohne Dongle benutzen. Also der DSP ist ja quasi für Leute wie dich zum Beispiel, ist er ja ein Dongle. Du nimmst ja damit nicht auf normalerweise. Nee, aber ist es denn so, dass die Plugins, die ich jetzt besitze von der UAD, die kann ich jetzt theoretisch gesehen ohne diesen DSP-Karten... Ja, ja, genau. Wenn die portiert sind. Bisher sind noch nicht alle Plugins portiert, sondern nur ganz wenige. Aber die wollen so sukzessive alle Plugins dazunehmen und dann kann man die halt auch unterwegs mal benutzen oder seine DSP-Karten auch verkaufen, wenn man sie nicht braucht. Das heißt, du wirst früher oder später meine DSP-Karten kaufen, so wie wir das schon 117 Mal besprochen haben? Könnte passieren. Wobei ich natürlich auch überlege, wie viel ich eigentlich brauche. Also ich habe ja Unmengen an Plugins von denen damals für viel Geld gekauft irgendwie. Aber letztendlich die DSPs brauchen, also wirklich brauchen, ist nur beim Recording. Wenn ich wirklich mit Preamp-Simulationen arbeite und sonstigem Zeug. Ansonsten alles andere kann ja ruhig mit Latenz ablaufen, weil das wird ja von der DAW ausgeglichen, mehr oder weniger. Ja, es geht ja nur darum, dass du halt genug Rechenpower hast am Ende des Tages. Also Rechenleistung, nicht Power im Sinne von Schnelligkeit, sondern überhaupt, dass du sie nutzen kannst. Und ich sage mal, wenn man sich daran gewöhnt hat, also ich habe da zwölf Kerne stehen und benutze in der Regel null bis ein UAD-Plugin in einer normalen Mastering-Session. Vielleicht beim Stem-Mastering kommt es mal vor, dass eventuell mal zwei drin landen oder so. Also das ist schon sehr unüblich. Wobei, stopp, wenn ich Klassik mache, also Orchestersachen oder Chorsachen mache, dann benutze ich ein bisschen mehr UAD-Kram. Vor allem mein Lieblingshall, den Lexikon 480, 480 L, heißt der? 480 L. Ja, genau. Ja, in denen habe ich mich doch sehr, also in die Halls, die es da gibt. Ja. Vor allem, ich glaube, die Large Hall heißt sie einfach oder so. Finde ich total nett irgendwie als... Lush, sagt der Engländer. Large Hall. Lush. Es hängt einfach so dahinter, ohne dass es ist. Es ist halt da, aber es drängt sich nicht auf. Ja, ja, das stimmt. Also wenn du wirklich so eine Simulation eines Konzertsaals, wir hatten ja nun mal diese, kann man ja das mittlerweile sagen, ich bin dafür, wir sagen, wir hatten ja lange Zeit eine Pandemie. Ich hoffe, dass sie irgendwann bald ganz weg ist. Toi, 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 muss Holz da. Genau. Ich bin gestern tatsächlich aus Versehen ohne Maske einkaufen gegangen. Und hast dich selbst erschrocken. Ich habe tatsächlich, also ich bin gestern noch ganz schnell hier bei uns im schönen Holtweg. Gibt es ja einen, ähm, gibt es ja einen Netto-Markt und ich brauchte, ich weiß gar nicht, was ich brauchte, nur eine Kleinigkeit. Ich brauchte aber Brutto. Ei, 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 gut, dass du Quackbällchen mitbrachst. Ja, genau. Ne, und dann habe ich gedacht, komm, schwingst du dich mal eben aufs Rad, fährst mal eben rüber. Ich glaube, ich brauchte irgendwie Aufschnitt und Milch oder so. Ich habe gedacht, komm, dafür brauchst du kein Auto, brauchst du eben rufahren. Ja, 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 dann läuft ich rüber. Und fahr halt los und war dann schon gestern Abend ein bisschen frischer. Gestern war ja auch fantastisches Wetter. Ja. Also habe ich so ein dünnes Jäckchen halt übergeschmissen, aber in diesem dünnen Jäckchen befand sich jetzt keine Maske und was man sonst so dauerhaft eigentlich bei sich trägt im Moment. Und dann stand ich tatsächlich vor dem Eingang und packte so in die Tasche und dachte, oh nein, jetzt musst du wieder nach Hause, weil du hast die Maske vergessen. Und dann in dem Moment guckte ich mich so um und dachte, irgendwie, da war doch was. Ist das jetzt eigentlich so? Und guckst du durch die Scheiben und sag, ja, okay, da sind doch ein paar Leute ohne Maske. Bin aber erstmal ganz langsam reingegangen, sicherheitshalber, um zu gucken, wie die Reaktion so ist. Weil ich muss schon sagen, prinzipiell, wenn mir das jetzt nicht so passiert wäre, würde ich schon eine Maske weiterhin vom Einbau auf und aufsetzen. Mach ich auch. Also freiwillig, ne? Das heißt, das war extrem komisch. Also wirklich. So eine 2-Jahr-Maske, ne? Genau. Also ich kam mir total illegal vor, als wenn ich der Ladendieb wäre oder keine Ahnung was. Ganz, ganz seltsam. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. So, wo waren wir eigentlich? Pandemie? Gestartet waren wir bei kostenlosen Plugins, sind dann über Kostenpflichtige vielleicht. Nee, kostenlose Plugins war eigentlich das Thema. Ich hatte, wie gesagt, heute Morgen eigentlich nichts vor. Ich hatte eigentlich versprochen, dass ich über Ostern keine Videos mache. und sitze heute Morgen da und kriege die Nachricht, dass Isotope, Native Instruments, Plugins, Plugins, Plugins und damit auch Brainworks sich zusammengeschlossen haben. Unter irgendeinem Dach, Soundwire heißt das Ganze, was die vier zusammen vorhaben, keine Ahnung. Aber als Feier quasi hauen die Plugins kostenlos raus. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob Neutron-Elements irgendwie nur so ein Anfütter-Plugin ist irgendwie, weil ich habe es noch nie benutzt. Ich habe es, aber ich habe es noch nie benutzt. Das ist ein Kanalzug, der ein bisschen was mitbringt. Aber jeder, der erwährt einen Kanalzug, machen wir uns das vor. Und von Native Instruments gibt es Earth irgendwas, irgendwie so ein sphärisches Tool, mit dem du so Soundscapes machen kannst. Auch cool, es zu haben, aber jetzt kein Must-Have. Aber in dem Paket von Brainworks, neben anderen Plugins, ist das Master-Deck drin, was ich im Moment gerne benutze, einfach um laut zu machen. Und so kleine Tweet, du magst es nicht so? Was? Jonas, ich weiß ja nicht. Ja, ich master ja nicht jeden Song, ich mache es ja nur laut. Aber der hat einen Mono-Maker drin und der hat diesen Stereo-Regler drin, mit dem du die Stereo-Breite ein bisschen verändern kannst, den du auch auf dem großen BX-Equalizer zum Beispiel drauf hast. Das hat er schon drin. Und dann ist da das HG2 drin, das Blackbox-Design HG2, so ein Saturation-Tool, wo so eine Pentode und eine Triode abgebildet sind. Und ich mag das sehr gerne. Und dann hast du als drittes Plugin noch den Shadow Hills-Kompressor, den ich für viel Geld gekauft habe, erst auf der UAD und danach nochmal separat, weil wenn mir die DSP-Power, da sind wir wieder bei Universal Audio, ausgeht, dass ich den Native nochmal von Plugin Alliance hatte. Und die gibt es kostenlos, einfach so geschenkt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob dieses Paket 1500 Euro wert ist oder nicht. Aber man muss wirklich sagen, allein diese drei Plugins kostenlos in den Werkzeugkasten zu kriegen. Also das HG2 und das Master Deck habe ich im Moment immer drauf. Und wenn ich das Master Deck nicht nehme zum Lautmachen, dann nehme ich einen L2. Achso, ich dachte, dann nimmst du mich. Dann nehme ich dich natürlich. Aber dann habe ich vielleicht manchmal, also den Shadow Hills, den habe ich eigentlich mehr oder weniger aus dem Kopf gestrichen. Nicht, weil er nicht geil ist, sondern weil ich immer im Hinterkopf auch dieses habe, der braucht zu viel DSP-Power, der braucht zu viel DSP-Power. Deswegen vergesse ich den immer und nutze stattdessen dann einen SSL-Bus-Kompressor, der auch okay ist irgendwie. Aber der Shadow Hills ist nochmal eine andere Baustelle. Tatsächlich fällt mir an, den hätte ich im Mix der Spuren des Monats auch lieber nehmen sollen als den SSL-Bus-Kompressor. Aber ist egal. Man kann im Mix ja nochmal von vorne anfangen. Und das kam nämlich auch noch dazu. Heute ist nämlich der 14. Morgen ist der 15. 15. Du, lieber Zuhörer, hörst das am 17. Oder ab dem 17. Aber ich habe das große Premium-Mix-Video auch noch fertig gemacht. Frohe Ostern, genau. Also an den Hörer. An den Hörer, genau. Frohe Ostern, auch in die Kamera mal kurz rein, die uns gerade zugucken. Frohe Ostern, ihr Lieben. Aber das große Premium-Mix-Video habe ich auch noch fertig gemacht, weil wir nämlich morgen nach Dänemark in den Urlaub fahren. Und dann musste ja alles fertig werden. Und das war schon spannend. Und wie gesagt, als heute Morgen dann auch noch dieses kostenlose Plug-in-Paket plötzlich auf meinen Tisch hier gesiegelte. Und ich dann feststellte, ey, du wolltest ja kein Video machen. Aber das Angebot gibt es nur bis zum 26. April. Was machst du denn jetzt? Habe ich mich doch noch hingesetzt und ein Video gemacht. Und falls du lieber zu Hörer das noch nicht gesehen haben solltest, guck mal auf dem YouTube-Kanal. Da findest du das auf jeden Fall. Und dann wurde es plötzlich spannend heute wieder. Bis ich dann wieder hier war, damit wir uns auf ein Quarkbällchen zusammensetzen können und ein Käffchen an einem bummeligen Donners. Also das Video ist ja quasi auch schon online über, also Wahnsinn. Also wir sind Zukunfts-Jonas, Zukunfts-Björn und Vergangenheits-Björn und Vergangenheits-Jonas. Und Gegenwarts-Björn und Jonas. Das stimmt. Crazy. Wir sind also nicht nur zurück in der Zukunft, wir sind auch vorwärts in der Vergangenheit. Hä? Das bringt mich zu meiner üblichen Frage. Es gibt ja, überall steht ja mittlerweile AI dran. Also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Was ist denn das Gegenteil von künstlicher Intelligenz? Natürliche Dummheit? Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Künstliche Intelligenz, ja. Also ich sag mal, künstliche Intelligenz kann ja auch was mit Kunst zu tun haben im weiteren Sinne. Okay, wir sind ja in einem künstlerischen Beruf, sagen wir es mal so. Genau, das heißt, wir beide sind auch künstlerische Intelligenzen. Manchmal zumindest. Ja, zumindest das, auf jeden Fall. Wie laufen denn deine Orchesterproben eigentlich? Ist das wieder locker geworden? Alles wieder entspannt, mehr oder weniger entspannt. Aber zumindest gibt es da keine Sachen mehr, die uns hindern, irgendwie Sachen zu machen. Und genau, macht wieder Spaß, irgendwie viel Musik zu machen und motivierte Leute dann wieder vor sich sitzen zu haben. Ja, vor allem, die wieder nah beieinander sitzen dürfen und nicht irgendwie 400 Meter Abstand halten müssen. Ja, das war eine Katastrophe. Ja, also wirklich, wenn man dann teilweise mit einem großen 50, 60 Mann Orchester irgendwie, wenn du dann eine Bühnenbreite, wir reden ja dann von einer Wiese, am besten nur draußen oder so. Ja, wenn du dann eine Breite von 30 Metern hast oder so, dann wird es dann draußen etwas schwierig mit dem gemeinsamen Musik machen. Von daher, nicht aber ganz guter Dinge. Und man sieht ja jetzt auch generell, wie in Münsterland, das werden die wenigsten wissen, die jetzt hier nicht aus der Region kommen, gibt es ja ein riesengroßes Zeltfestival, das Karpaten-Festival. Karpaten-Festival, das heißt übrigens tatsächlich so, für alle, die das nicht kennen, das heißt so, weil das ist mitten in der Karpaten, sagt man. Ja, die Abkürzung war, das ist eine Abkürzung eigentlich für Karpaten-Jans. Karpaten-Jans hieß das früher, weil ich glaube, das hängt irgendwie mit dem Wirt zusammen oder so. Ja, ja, ja. Da gibt es doch so eine Kneipe, glaube ich, auch, oder? Ja, kann wohl sein, ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist da ein riesiges Zeltfestival, wo auch viel Live-Musik ist, natürlich auch so viel Top-40-Sachen oder so, Tribute-Bams. Habe ich früher ganz oft gespielt. Genau, Schlager ist da auch eine Menge unterwegs, also deutsche... Ja, das ist ein Riesenparty auf jeden Fall, über eine Woche, glaube ich, oder so. Ja, das geht über mehrere Wochen, aber dann immer an den Wochenenden und es startet, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt an Ostern. Startet das dann auch klassisch wie in Wacken mit einem Blasorchester, was reinzieht? Das weiß ich nicht. Es gibt diesen sagenumwohnen-Mai-Gang, der dann, glaube ich, weiß nicht, ob das dann an diesem Wochenende des 1. Mai ist oder was, keine Ahnung, ganz genau, weiß ich das nicht. Dann müsste ich meinen Kumpel Tom Vandal alias Thomas Dendal fragen, der hier in der Nachbarschaft als Musikproduzent tätig ist, weil der da auch für das Karpaten-Festival sehr viel macht. Okay, dann wenn wir gerade beim Grüßen sind, dann grüße ich auch noch den Stefan, Premium-Mitglied im Recording-Blog. Stefan ist nämlich der Chef von den Wacken Firefighters. Ah, den habe ich ja kennengelernt. Genau, ein fantastischer Kerl irgendwie und der geht mit seinen Firefighters, mit seinem Blasorchester ja in Wacken immer, macht ja die Einleitung fürs große Rock-Festival. Stefan, liebe Grüße, der hat mir übrigens nach der Mixbar, die wir da zusammen hatten, bei dir im Premium-Bereich, hat er mir nochmal eine E-Mail geschrieben, was denn jetzt genau das richtige Mikrofon wäre, womit dann alles quasi noch besser wird und so. Und da er mir auf meine E-Mail nicht mehr geantwortet hat, lieber Stefan, gehe ich davon aus, dass du entweder jetzt bestens bedient bist oder dass du nicht zufrieden warst mit meiner Antwort. Das ist gar nicht so sehr am Mikrofon. Nein, ich glaube, die Empfehlungen waren nicht jenseits der normalsterblichen Richtung. RE20, ein MD441. Jetzt fängst du wieder an, hier Namen auf zu bashen, die du toll findest. Ich hau rein. Ne, Mikros, die ich habe am Ende des Tages. Aber lass mal zurückkommen zu den Plugins, wo ich ja jetzt das Video gemacht habe, dass die kostenlos rauskommt. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was die uns sagen wollen mit diesem Soundwire. Also ich kann mir vorstellen, dass die natürlich Entwicklungsressourcen vielleicht koppeln oder sonst was irgendwie, um da vielleicht ein bisschen einzusparen. Aber am Ende des Tages kostenlose Plugins. Und deswegen habe ich das in dem Video auch gesagt. Eigentlich habe ich mich geärgert, weil ich habe dafür Geld ausgegeben. Und während ich bei Universal Audio noch sagen könnte, ich habe die Plugins damals bezahlt und darf sie jetzt auch ohne DSP benutzen. Finde ich okay, weil ich kriege sie umsonst jetzt. Ist ja ein Win-Win. Ist für mich ein Win-Win mehr oder weniger. Ist es jetzt so, dass hochwertige Plugins rausgehauen werden? Quasi für mich gefühlt verschleudert. Ich habe da wirklich viel Geld für ausgegeben. Und sie sind es mir auch wert. Also ich bereue keinen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Und sicherlich habe ich die Entwicklung auch mitbezahlt. Aber die Frage ist dann, welche Wertigkeit haben solche Plugins noch, wenn die ständig so rausgehauen werden? Ich bin dann mal in meinen E-Mail-Account reingegangen und habe dann mal geguckt, was ich eigentlich dafür bezahlt habe. Und ich habe tatsächlich auch keins von diesen Plugins voll bezahlt. Also die schreiben ja immer 299 Euro dran. Und ich glaube, der Einzige, der diese 299 Euro wirklich berechnet, ist Universal Audio. Alle anderen, selbst Plugin Alliance, Waves und wie sie alle heißen. Du hast immer irgendeinen Sale, wo du ein Plugin bekommst für 29 Dollar oder weniger. Und natürlich, wenn es bezahlt ist, klar, Zweitverwertung, hau raus damit. Aber auf der anderen Seite darf ich mich dann unter dem Video von Universal Audio zum Beispiel damit auseinandersetzen. Spark ist ein Abo-Service. Ähnlich wie bei Slate, wo du halt ein gewisses Paket an Plugins bekommst. Du zahlst halt im Monat, im Jahr zahlst du 150 Euro, glaube ich. Macht auf den Monat gerechnet 12,50. Da kriegst du ja noch nicht mal ein Plugin vernünftiges bei Universal Audio normalerweise für. Und normalerweise finde ich auch, ein vernünftiges, gutes Plugin sollte auch 150 Euro kosten dürfen. Weil bei der Energie, bei dem Hirnschmalz, der da reingeflossen ist und so weiter und so fort. Jetzt kriegst du aber dieses Abo-Paket. Und viele Leute beschweren sich darüber, dass du noch ein Abo-Paket, noch mal 12,50 Euro und so weiter. Da würden aber nicht mit der Wimper zucken, sich ein Pro-Q von Fabfilter zu kaufen für 150 oder 200 Euro. Und regen sich darüber auf, dass die dann in dem Abo, ich verstehe beide Seiten natürlich. Aber ich finde trotzdem, die Wertigkeit ist bei so einem Abo-Service durchaus da. Weil wenn du bei Slate guckst, wie viele Plugins du bekommst. Einige Leute haben gar nichts anderes als Slate, weil in dem Paket alles drin ist. Bei Universal Audio kriegst du jetzt richtig gute Plugins. Und natürlich ist es so, dass du wie bei Netflix, Disney, Amazon, DAZN, Sky und wie die alle heißen, dass du natürlich fünf Abo-Services haben kannst irgendwie. Und cooler ist doch eigentlich, wenn du es dir aussuchen kannst, mal den einen zu haben, mal den anderen zu haben. Was bei Streaming-Diensten aber geht, ist bei Plugins natürlich ein bisschen doof. Weil dann kannst du die eine oder andere Session nicht aufmachen, wenn du das Abo gerade nicht hast. Das ist so ein bisschen die Frage, was du, glaube ich, machst. Wenn du am Ende des Tages einfach, ich meine, wir sind ja alle gewisse Gier-Nurds und haben natürlich auch immer Bock, was Neues auszuprobieren oder sowas. Die Frage ist, wenn du für dich selber aus Hobby, aus Spaß einfach Musik machst. Und es auch nicht so schlimm ist, wenn du jetzt eine Session von vor zwei Jahren aufmachst. Irgendwie. Und da ist dann halt ein Plugin, was nicht funktioniert oder so. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Ja, aber da brauchst du ja doch nicht mal ein Abo für. Da reicht es ja schon dafür, dass du das damals noch als 32-Bit reingeladen hast. Ja, oder als Demo. Und jetzt als 64-Bit ist es nicht mehr rausgekommen. Genau. Das kann ja passieren. Aber ich glaube, wenn du, so wie wir beide das machen, ich kann natürlich nur für mich sprechen, als hauptberuflicher Mastering-Ingenieur, ich muss natürlich schon irgendwie schauen, dass meine Sachen, dass meine Sessions funktionieren. Und dass mein Workflow auch funktioniert. Deswegen habe ich auch schon in vielen Interviews und Sessions gesagt, ich gucke jetzt oder probiere jetzt nicht in jeder Session 27 Limiter aus, um zu gucken, was jetzt vielleicht dann, da klingt dann halt 27 mal ein bisschen anders. Ja, natürlich. Aber nicht besser oder schlechter, sondern nur anders. Man weiß selbstverständlich, okay, wenn man jetzt sehr bassintensive, bassheavy Musik hat, irgendwie Trap, Rap, Hip-Hop, EDM-Sachen, okay, da reagiert vielleicht der Limiter besser, also ein bisschen anders oder der Kunde möchte es gerne sehr laut haben, aus welchen Gründen auch immer, dann weiß ich, okay, das ist eine gute Kombination. Und möchte natürlich, wie auch immer. So, aber am Ende des Tages kann ich natürlich nicht während ich arbeite mir quasi Sachen ausprobieren und testen. Und heute mache ich mal das Subscription-Abo irgendwie. Nee, das kannst du nicht während der Arbeit machen. Da musst du dir einen freien Nachmittag nehmen, da musst du Bock drauf haben und sagen, so, heute habe ich mal Lust, ein neues Plug-in auszuprobieren. Ich möchte ja auch nicht, dass meine Friseurin, wenn ich da auf dem Stuhl sitze, irgendwie sagt, ich habe ihr mal 20 neue Scheren mir bestellt, ich wollte mal austesten, irgendwie wie das so klappt. Das geht dann je nachdem, bei dir wäre es jetzt eigentlich schnell vorbei. Ja, das geht eben besser oder schlechter, kann man mal so sagen. Genau, und irgendwann, auch wenn man immer nur ein Stück abschneidet, ist dann vielleicht sicher bald, also bitte, hier, der Friseur ist ja in der Nachbarschaft, ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht auf Ideen hier. Nein, Quatsch, also das macht natürlich keinen Sinn, tausend Sachen auszuprobieren. Ja, also zumindest nicht im Arbeitsablauf. Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, man hat von dem Plug-in gehört und so weiter, aber in einem laufenden Projekt, wo du vielleicht sogar noch Zeitdruck hast oder so, sich da noch hinzusetzen, klar, jeder prokrastiniert gerne und probiert neue Dinge aus, aber am Ende, ich habe es neulich noch, ich weiß gar nicht, irgendwo in einem Coaching, glaube ich, gesagt, da wurde ich nämlich gefragt, mit welchem Equalizer, was so meine Go-To-Equalizer sind und so weiter. Und natürlich habe ich einen Equalizer, mit dem ich Aufräume repariere und ich habe einen Equalizer, mit dem ich färbe, so. Also färben sind meistens analoge Nachbildungen, die ich habe und Aufräume reparieren ist in der Regel der Stock Equalizer, der bei der DRW dabei ist, weil der einfach das macht, was er soll. Und oder den TDR Nova. Aber im Kern habe ich gesagt, das ist, um dem Coaching-Freund auf der anderen Seite auch den Druck zu nehmen, habe ich gesagt, am Ende des Tages sind das alles nur Hilfsmittel. Das heißt, einen Equalizer musst du nehmen wie ein Hammer. Ob der jetzt von Versace kommt oder von Obi oder von Bauhaus. Am Ende des Tages ist ein Stück Metall mit einem Stock dran und mit allen dreien kriegst du den Nagel in die Wand. Gibt es von Versace einen Hammer? Ja, aber ganz sicher. Ich bin gespannt. Aber am Ende des Tages bricht es das darauf herunter. Erstmal ist es ein Werkzeug, ein reines Werkzeug. Und als solche sollte man Plugins auch erstmal betrachten. Und bis du an den Punkt kommst, wo du die Färbung von dem CLA-76-Kompressor gegenüber dem Universal Audio 1176-Kompressor überhaupt hörst, bist du lange dabei. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja auch, ich sehe das immer so, es ist anders, es wird anders und es klingt anders vielleicht. Ob es dann besser, es ist anders. Aber dieses Thema Abos beschäftigt mich auch so ein bisschen, weil ich sagen muss, ich hatte schon mehrere Abos, aber ich habe mittlerweile alles wieder deabonniert, also gekündigt. Was ich so habe, hast du ein Abo laufen? Ja, tatsächlich musste ich neulich eine Session aufmachen mit jeder Menge Slate-Plugins drin. Also habe ich das Slate-Abo abgeschlossen, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es in dem Moment musste. Ich habe aber auch ein verstecktes Abo, wenn ich das mal so sagen darf. Denn wenn ich Studio One benutze und da kommt ein Update, wir haben jetzt Version 5 glaube ich aktuell und sagen wir mal, morgen käme Version 6 raus von Studio One, dann würde ich das Update bezahlen müssen. Ja. Und bei Logic, das sind wir wieder bei der Apple-Diskussion, Logic habe ich einmal gekauft für 199 Euro damals und es ist 12, 15 Jahre her, keine Ahnung, und habe seitdem nichts mehr dafür bezahlt. Das heißt, selbst eine DAW, auch Cubase, wenn ein großes neues Update rauskommt, musst du es bezahlen. Ableton von 10 auf 11, musst du bezahlen. Ja, klar. Das sind versteckte Abos im weitesten Sinne. Das ist aber auch, wenn du das neue Microsoft Office-Paket haben willst, musst du es halt auch kaufen. Ja, oder du ablust mit Open Office, so wie ich. Dann kannst du es kostenlos, hast aber, ja, ja, genau, bist dann halt eben nicht so kompatibel oder sonst was. Wie du es auch runterbrichst am Ende des Tages. Kannst du auch mit Audacity mischen, geht auch. Hm, ja. Ja, volle VST-Kompassibilität. Ja, absolut. Habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, tatsächlich. Gibt es irgendwas, wozu ich noch kein Video gemacht habe? Das ist eine gute Frage. Quarkbrädchen aus Großfelsch. Aber um das Abo runterzubrechen am Ende des Tages, ja, es hängt tatsächlich davon ab, was du davon willst. Wenn du es beruflich brauchst, finde ich bezahlte Plugins auf jeden Fall eine gute Alternative, weil erstens bringst du dem Entwickler deinen Respekt entgegen, indem du bezahlst dafür, du verdienst damit selber auch Geld irgendwie. Wenn du Hobbyist bist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ganz schnell ins Geld geht. Vor allem, wenn dir an jeder Ecke und an jedem Ende auch von Leuten wie mir erzählt wird, welche Plugins alle cool sind und welche man haben sollte oder nicht. Ich breche das nochmal runter. Die DRW-Plugins sind alle gut und man kann bis auf 90% für einen guten Mix, je mehr Handwerk du drauf hast, sogar bis 100% damit einfach alles mischen. Es gibt Plugins, die machen Dinge, die du damit nicht erreichst, ja, und da muss man sich halt entscheiden, ob wir die haben oder nicht. Oder nur sehr komplex über viele Umwege oder so, ne? Ja, aber guck mal, ich habe jetzt im letzten Mix von den Premium-Spuren, habe ich jetzt die Capital Chambers mal wieder rausgeholt, die ich mir vor einem Jahr gekauft habe oder so, weil ich mal jetzt das Valhalla einfach mal liegen lassen habe und ich wollte auch nicht das Open Air von Studio One nehmen. Ich habe gedacht, was nimmst du? Gönn dir was? Ach, die Capital Chambers. Und drauf gemacht? Gut. Also, und dann ist es halt, vor allem wenn du im Produktivalltag bist, dann ist das echt Gold wert, wenn du drauf packst und ist gut, ne? Wäre vielleicht mit Open Air oder mit was auch immer. Hätte ich vielleicht 10, 15 Minuten gesucht und auch eine Impulsantwort gefunden und sonst was irgendwie, ne? Und deswegen, ich will das gar nicht groß oder klein reden, man kann damit gut arbeiten und fertig ist die Laube. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganzen Abo-Modelle, die haben alle schon eine Berechtigung. Auf der anderen Seite würde ich zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel das Plugin Alliance Subscription Ding. Habe das auch direkt für ein Jahr abgeschlossen und das ist jetzt, weiß gar nicht, wann das ausgelaufen ist, Ende letzten Jahres irgendwann oder so. Hast du es verlisst? Ne, weil ich mich aber auch dann frühzeitig darum gekümmert habe, dass die Plugins, die ich tatsächlich nutze, wie schon gesagt hast, ich kriege jeden Tag, ich habe es jetzt abbestellt, weil es mir so auf die Nerven geht, jeden Tag von Plugin Alliance, heute das im Angebot, heute das, Sale ends tomorrow, jetzt das. Wo ich irgendwann gedacht habe, ey Leute, ich habe keine Lust, jeden Tag irgendwie das zu kriegen. Ist ja gut und schön, hat alles seine Berechtigung, aber ich habe einfach keine Lust, weil es mich stört. Irgendwann hast du auch keine Zeit mehr, du kannst das ja mal zusammenrechnen. Selbst wenn es dich zehn Sekunden kostet, ist es an zehn Tagen schon hundert Sekunden, an hundert Tagen schon tausend Sekunden. Auf jeden Fall habe ich mir dann, als ich dann entschieden habe, was ich relativ schnell hatte, dass ich das nicht verlängern werde, habe ich geguckt, weiß nicht, im halben Jahr, okay, das benutze ich, das benutze ich, das habe ich schon mal irgendwie genutzt. Und dann habe ich halt gewartet, bis die Dinger halt im Sale waren und habe es mir dann für 29 Dollar oder für 49 Dollar oder was. Wenn du mit ein bisschen Geduld hast, kommst du da auch hin. Ja, das ist völlig problemlos möglich. Der Vorteil oder ein Vorteil dieser Geschichte ist, du probierst vielleicht Sachen aus, die du sonst nicht ausprobieren würdest. Ja, absolut. Wobei ich da auch sagen muss, du kannst ja auch von allem eine 14-tägige oder 30-Tage- oder was auch immer Demo unterladen. Ja, aber da tickt halt immer die Uhr, sobald du es aktivierst, ab da jetzt 14 Tage. Und ehrlich gesagt, viele Leute sitzen ja gar nicht so regelmäßig an der DAW, um das wirklich intensiv ausprobieren zu können, damit zu arbeiten. Ich habe nach unserem letzten Podcast, war das unser letzter Podcast oder unser letztes Gespräch, habe ich mir von Oxford den Inflator gekauft. Ja, auf der UAD oder nativ? Interessante Geschichte, interessante Frage. Den habe ich auf der UAD gekauft, weil er da günstiger war als bei der Plug-in Alliance zu dem Zeitpunkt. Bei Oxford, genau, bei Oxford war er deutlich teurer, den kriegst du ja gar nicht bei Plug-in Alliance, den kriegst du bei Oxford. Und bei Oxford war der deutlich teurer als auf der UAD, wo die gerade einen Sale hatten und deswegen habe ich den Sale genommen. Und deswegen läuft der in Anführungszeichen leider nur auf der DSP, da ich aber auch, so wie du, genügend DSPs zur Verfügung habe. Und die auch mittlerweile, was ich gerade schon beim Shadow Hills gesagt habe, immer im Blick habe, dass ich da nicht out of DSP-Power laufe, dass da also nicht meine DSPs rauslaufen irgendwie. Okay, bin ich übrigens neulich in einem interessanten Talk gewesen, privater Talk eingeladen. Da war übrigens auch Tim Heinrich, den ich an dieser Stelle grüßen möchte, auch YouTuber. Cooler Soundingenieur, macht viel, viel Film und so ein Zeug. Und... Gerade ein sehr krasses neues Studio gebaut. Ja? Ja, müssen wir den dringend mal besuchen. Über Social Media habe ich das gesehen, in Köln hat der irgendwo... Ja, genau. ...gebaut. Da müssen wir den dringend mal besuchen, wenn wir in Köln sind. Fantastische Idee. Und da ging es dann auch, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, verflixt. Wir hatten über... Talk. Wir hatten getalkt, genau über Universal Audio Plugins, über alles Zeug. Ach, verflixt, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm. Ach, das ist auch wirklich nicht schlimm. Aber Tim war wirklich eine Überraschung in dem Talk, weil ein angenehmer Zeitgenosse wirklich... Persönlich kannte ich ihn nicht und wir haben uns da ein bisschen unterhalten. Das war sehr, sehr schön. So ein privater Talk, so ein Stammtisch. Die treffen sich jede Woche und quatschen über Audio. Cool. Im Prinzip das, was wir in der Mixbar auch machen im Premium-Bereich, was dann aber nur einmal im Monat ist. Aber da bist du dann halt, das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie so eine Verbindung irgendwie. Da musst du schon eingeladen werden, glaube ich, um da reinzukommen. So ein kleiner, geschlossener Kreis. Aber hin und wieder kommen mal so Externe wie ich dazu. Alles klar, das Gleiche, was wir machen, wenn wir telefonieren. Nur, dass wir noch zu unregelmäßig telefonieren. Deswegen immer so lang telefonieren. Ja, und dann halt auch andere Leute dabei sind, die auch von ihren Erfahrungen erzählen und so weiter und so fort. Aber ja, schon ziemlich gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich auf Tim gekommen bin, aber trotzdem liebe Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. Von mir auch. Ich kenne ihn allerdings auch nur über, als eine reine Social-Media-Freundschaft. Ja, aber den Inflator habe ich dann tatsächlich, das war so das letzte Plug-in, was ich jetzt, glaube ich, bewusst gekauft habe, weil es tatsächlich was machte, was ich jetzt noch nicht im Werkzeugschrank hatte irgendwie. Vor allem die Bedienung fand ich sehr simpel und das hat sich mir sofort erschlossen, was da passiert mit den Knöpfchen. Trotzdem muss ich mich damit in Ruhe hinsetzen. Und da sind wir bei dem Punkt mit dem Ausprobieren mit den 14 Tagen und so weiter. Ich habe das extra gekauft, A, wegen Empfehlung von dir und B, und nicht nur von dir, aber von anderen Leuten auch, aber B, dann halt auch, ja genau, Björn-Proof. Aber auch, weil ich gedacht habe, okay, das füllt eine Lücke in meinem Schrank, die ich tatsächlich gerne füllen möchte und dann kaufe ich das auch. Dann habe ich da halt, was habe ich dafür ausgegeben, 60 oder 70 Euro, das war es mir dann wert, dafür ist es dann da. Und wenn das dann irgendwann auf die Spark-Plattform umgesetzt wird, kann ich es auch ohne DSP benutzen. Und bei Spark ist es so, das ist halt so ein bisschen ein Nachteil, habe ich denen auch gesagt, du brauchst halt einen i-Log, um das nutzen zu können. Klar, die brauchen auch einen Kopierschutz in irgendeiner Form, ist ja auch nachvollziehbar, da steckt ja auch Entwicklungspower dahinter. Und entweder du hast einen physischen i-Log oder du machst es in der Cloud. Du brauchst aber für Softube zum Beispiel, für alle Plugins von Softube auch. Ja, aber wir waren uns jetzt nicht ganz einig, weil ich das nie ausprobiert habe und die anderen ehrlich gesagt in den Talk auch nicht, ob man für die Cloud-i-Log-Lösung, ob man dafür eine Internetverbindung, eine stabile braucht. Also ob du den i-Log-Cloud quasi nur benutzen kannst, wenn du auch Internet hast. Ich glaube, ja. Ja, meine ich nämlich auch, weil ich habe einen physischen i-Log, mit dem ich mich anfangs sehr rumgeärgert habe und mittlerweile funktioniert er problemlos. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich meinen i-Log im Studio hatte, als ich in Corona-Karantäne war. Schatz, ich arbeite aber ein bisschen, nee, ich glaube nicht. Ja, genau. Das Einzige, was ich gut von hätte von zu Hause machen können, wäre ziemlich viel mit RX gewesen, weil ich damals so ein Restaurationsprojekt auch hatte. Aber ich kann den Workaround nennen, mit dem du von überall quasi aus arbeiten könntest, wenn du nun Kopfhörer hast. Und egal wie schnell, pass auf, ich bastel ja gerne. Also bringe ich mir auch ein paar Bastelsachen irgendwie so. Session Wire kennst du ja, die Software, mit der man entfernt arbeiten kann. Wenn du deinen Rechner hier laufen lässt und darauf eine Session Wire Instanz hast und ein AnyDesk, mit dem du von außen auf deinen Rechner zugreifen kannst, kannst du quasi auf einem Laptop, den du zu Hause hast, die Empfangsstation für Session Wire haben. Du hörst also alles, was aus der DAW rauskommt. Und du kannst über AnyDesk deinen Rechner fernsteuern und alle Plugins, die du hier hast, benutzen, obwohl du unterwegs bist. Dann brauche ich nur noch so ein paar kleine Hobbits oder Roboter, die dann noch meine analogen Geräte nach meinen Wünschen einstellen. Ja, jetzt also, man muss ja nicht alles können. Und dann zwischendurch beame ich mich noch in mein Studio, damit ich auch auf meinen Lautsprechern und in meiner Raumakustik... Aber ansonsten ist die Idee wirklich sehr gut, ja? Da kann man bestimmt auch mit Sonaworks noch eine IR von abschießen, von deinen Empfangs. Aber ich bastel ja wirklich gerne. Hast du Sonaworks gesagt? Das Wort darf man in diesem Studio nicht sagen. Ja, faszinierend, ne? Ich finde das wirklich faszinierend, dass wirklich auch pro Leute erzählen, damit mische ich besser. Ich habe es ehrlich gesagt, das ist ein gesundes Halbwert. Ich habe es einmal ausprobiert. Es hat nicht auf Anhieb das gemacht, was es sollte. Also habe ich es sofort wieder runtergeschmissen, zumal passte es nicht in meinen Workflow rein. Ja, ich kenne aber viele pro Leute, die auch sagen, Sonaworks kommt bitte nicht zu nah irgendwie, sonst bin ich nachher infiziert. Das ist eine Lösung, die mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung hat. Bestimmt, ja. In welcher Situation, aber eine Sache, die viel zu wenig, also immer wenn es um das Thema Raumakustik geht, gefühlt. Und wenn nicht gerade gute Leute involviert sind in so einen Talk oder in so einen Artikel oder in so eine Überlegung, wie zum Beispiel der liebe Markus Bertram von MB Akustik, der ja auch mein Studio hier geplant hat. Auch liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, lieber Markus. Ja, allerliebste Grüße. Richtig feiner Kerl. Wenn der gekommen ist, gab es auch immer Kuchen. Das war auch immer, musst du auch immer Kuchen. Ja, du musst auch gleich wieder dran hier. Auf jeden Fall, was oft vergessen wird, finde ich, bei so Sachen wie Sonaworks, und es gibt ja auch noch hunderte andere, letzten Endes ziehen die natürlich die Frequenzkurve gerade. Ja, das heißt, letzten Endes, wenn du jetzt misst und du hast 3 dB zu viel, laut der errechneten Idealkurve von was auch immer, von Sonaworks oder auch das neue Neumann M1, dieses Messding, dann macht der da halt einen Dip von 3 dB, damit das möglichst gerade ist. Ist ja auch völlig okay, macht ja erstmal Sinn. Das ist ja die eine Instanz. Das ist letzten Endes auch etwas, was Markus Bertram macht. Genau, ja. So, aber es gibt ja auch noch eine zweite Instanz. Wir haben ja einmal die Frequenz und wir haben ja auch die Frequenz auf Zeitebene, was ja in einem sogenannten Wasserfalldiagramm gemessen wird. Und das wird ganz oft vernachlässigt, vor allem eben im Bassbereich, weil das ist ja die wahre Kunst, dass du es hinbekommst, dass das Ausschwingen von 100 Hertz idealerweise möglichst nah auch, also was heißt möglichst nah, aber dass eben das Verhältnis, wie dann 50 Hertz ausschwingt und wie 100 Hertz ausschwingt, dass sich das möglichst annähert. Da gibt es ja diese RT60-Messung, heißt es glaube ich, wenn man hier alles täuscht. Und das war bei mir tatsächlich im Studio der allergrößte Unterschied. Ich habe ja hinten meine Rückwand, die kein Mensch kennt, außer die, die schon mal hier waren tatsächlich. Ja, das sind Helmholtz-Resonatoren. Genau, vier Helmholtz-Resonatoren, die genau auf die Raummode gestimmt sind und darüber sind nochmal vier Breitband-Bassfallen. Das war der größte Impact, positive Impact auf den Raum, weil einfach das Ausschwingenverhalten im Bassbereich viel, viel klarer ist. Das heißt, man hatte vorher trotz linearer Frequenzkurve oder nahezu linearer Frequenzkurve hast du trotzdem das Gefühl, dass du zum Beispiel ein Dröhnen hast. Weil eben an der Stelle, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Bassgitarre oder einen Basslauf hast und das ist dann der dritte Ton, ist zufällig dann die Raummode oder was auch immer, dann hast du trotzdem das Gefühl gehabt, du hast ein Dröhnen oder so drin. Ja, ich meine, man kann es ja beschreiben. Du würdest einen Basston anspielen auf der Bassseite und du spielst einfach einen Bub. Und der Bass entwickelt sich natürlich oder machst einen Bub. Du hast einen bisschen längeren Impuls irgendwie. Und der kann nach Bub schon wieder zu Ende sein, wenn der Raum schön trocken ist und keine lange Nachhaltzeit hat. Wenn der Raum sich aber befruchtet, dann macht der Bass zwar Bub, aber schwingt hinten raus im Raum noch ein bisschen nach. Und der Bass ist halt indirekt, er drückt nicht richtig. Und das war bei mir tatsächlich auch im Studio. Einer der großen Effekte, die ich hatte tatsächlich, als ich gesehen habe im Wasserfalldiagramm, dass eben nicht nur, meine Kurve ist nicht extrem linear, ist ja auch kein Mastering-Studio, aber die Tatsache, dass wir das im Wasserfall, die Nachschwingzeit so runtergekriegt haben, war deutlich effektiver als eine glatte Frequenzkurve. Genau, das funktioniert eben nicht mit SonaWorks und nicht mit irgendeiner Software. Das geht nur mit Masse. Ja, also im Raum, auf Kopfhörer ist was anderes. Ja, natürlich, jetzt wird vielleicht der andere sagen, ja, aber Moment mal, klar, wenn du den Raum, zum Beispiel jetzt, ich sag mal 60 Hertz wäre jetzt die Raummode, wenn du ihn natürlich dort drei dB weniger anregst, weil du das mit einem Korrektions-EQ dann rausnimmst oder so, dann hast du natürlich weniger Energie, die erstmal reingeschickt wird in den Raum. Ja, aber im Verhältnis wird das trotzdem nicht ausreichen. Das heißt, du kannst nur hoffen, dass deine Abhörposition dir da vielleicht sozusagen entgegenkommt ein bisschen. Aber letzten Endes hilft, es hilft nur Masse. Das ist so. Und ganz viele, ich sehe das ja auch immer, zum Beispiel in der Recording-Blog-Gruppe bei Facebook, wenn ich zwischendurch mal da bei Facebook unterwegs bin, auch immer viele, die dann fragen, ja, Lautsprecher und ich habe mir jetzt die angeschaut oder die meinte, ich brauche da einen Subwoofer dazu oder nicht. Also das ist ja, da fängt ja das Problem erst so richtig an gravierend zu werden. Weil wenn du dann natürlich noch viel, viel mehr Bassenergie in den Raum reingibst, dann wird es ja im Prinzip nur noch unkontrollierter. Das heißt, letzten Endes, ich sehe so viele auch Bilder bei Instagram zum Beispiel. Ich habe mir sagen, dass bei Instagram viele Bilder sind. Vor allem von Studios eben auch. Und ich sehe so oft tolle Lautsprecher oder gute Lautsprecher, dann irgendwie, wo ich mich dann schon immer frage, okay, warum muss jetzt das günstigste Outboard-Gear sein? Welchen Impact hat das für dich? Gut, das muss jeder für sich entscheiden. Ob man da einmal die Produktpalette von irgendwelchen Klonen dann kaufen muss, wenn sie helfen, okay. Und irgendwie ein toller Tisch und was weiß ich, neuer Mac und alles, was an LED-Beleuchtung bei Amazon im Angebot war. Aber Raumakustik? Null. Ich freue mich dann manchmal ja sogar schon immer Noppenschaum auf so einem Bild. Dann sind zumindest die Hürden nicht ganz so... Eier tappen. Genau. Wo ich dann immer denke, ganz oft wird an der falschen Stelle investiert. Und da können wir tatsächlich auch mal gut drüber sprechen, finde ich. Entschuldige, behalte mal den Gedanken, weil ich hatte nämlich neulich in einem Coaching die Frage, ich habe KH 120 von Neumann und ich überlege auf 310er umzusteigen. Ich habe bei dir gesehen, also bei mir, fragte er, habe ich gesehen, du bist vor den 120 Jahren auf die 310er gegangen? Da habe ich gesagt, ja. Prinzipiell ist die Idee gut. Meine Idee war damals vor allem von dem Bassreflexsystem wegzukommen und einen größeren Speaker insgesamt geschlossen zu haben. Das war meine Idee. Aber ich habe ihm gesagt, der KH 120 ist erstmal ein guter Lautsprecher, der wirklich viel kann, vor allem für seine Größe. Und ich habe ihm gesagt, die Kohle, die du jetzt in die 310er reinstecken würdest, ist ehrlich gesagt meiner Ansicht nach besser in Raumakustik angelegt als im Lautsprecher. Das ist natürlich nicht fancy und cool. Natürlich sieht der KH 130 cooler aus als ein 120er. Und wenn ich alte Videos von mir sehe in meiner Rumpelbude, als ich noch nicht so richtig aufgeräumt habe und Markus noch nicht da war, wo meine 100... Ich habe da auch gut abgemischt. Keine Frage. Heute mische ich besser ab. Weil Raumakustik, da ist mindestens genauso viel Geld reingeflossen. Nein, bei mir ist sogar das Doppelte von dem reingeflossen, was ich in die Speaker investiert habe. Bei dir? Du fängst gar nicht besser erst an zu rechnen irgendwie. Aber das ist der Tipp... Zum Glück hat der hohe oder nicht niedrige Preis der M4 das Verhältnis wieder etwas... Kann ich dir gleich auch noch was zu sagen zu deinen M4. Oha. Aber ich habe am Ende des Tages ihm geraten, mal darüber nachzudenken, wenigstens bevor er neue Lautsprecher kauft, erst mal seinen Raum anzupassen und zu gucken, ob er da Maßnahmen machen kann, die jetzt nicht bauliche Maßnahmen notwendig machen, sondern rudimentäre Sachen, Bassfallen und wenn man sich die nicht kaufen kann oder will, kann man auch großes Dämmmaterial aus dem Baumarkt kaufen und in die Ecken stellen, Vorhang drum nähen lassen oder davor hängen, fertig. Hauptsache es ist Masse, wie du gerade gesagt hast, im Raum, der einfach schon mal den unteren Bereich so weit befriedet, weil im oberen Bereich den Raum abzudämpfen, ist relativ einfach, relativ kostengünstig und ist auch relativ schnell übertrieben, sodass der Raum nämlich zu dröge wird. Aber da kannst du auch besser mit Diffusion arbeiten. Genau, aber ich habe, um das dann ruhig zu machen, habe ich ihm halt gesagt, überleg doch mal, ob du erst mal auf Raumakustik gehst und wenn du dann immer noch unzufrieden bist oder aber wenn das nicht geht, der 310er ist keine Lösung für einen Raum, der nicht weiter behandelt wird. Nee, weil sie eben ja auch untenrum nochmal ein bisschen weiter runter gehen. Die sind kontrollierter, weil die eben nicht Bassreflex sind. Ja, aber sie gehen eben auch bis 35 oder was. doch, oder ja, ja, nicht, also stabil bis 50 gehen die. Genau, und das ist dann aber eben nochmal 20, 30, 40 Hertz mehr als bei den 120ern. Und da kommen wir ja zu den Problembereichen in solchen Räumen. Wenn du dann einen quadratischen Raum wärst. Da ist eben wohl die Raummode. Ja, und wenn du irgendwie die Decke auch nicht hoch rissst oder sonst was irgendwie, da kommst du rucki zucki an den Punkt, wo du einfach mehr Probleme durch den neuen Speaker kriegst, als dass du Probleme dadurch löst. Und worauf ich hinaus wollte, ähnliches Thema quasi sozusagen eine Entwicklungsstufe weiter. Ganz viele, die mir dann schreiben bezüglich analogen Geräten. Du, hier, ich hab mir jetzt so erlegt, ich muss mir jetzt unbedingt analoge Geräte kaufen, irgendwie für meine Mastering-Shane oder für meinen Mixbus oder so. Was würdest du denn da irgendwie empfehlen? Irgendwie hier soll ich mir den Fusion kaufen oder soll ich mir den kaufen oder was auch immer. Wo ich dann immer auch ähnlich wie bei, soll ich jetzt in neue Lautsprecher investieren? Nein, lieber vielleicht erstmal in Raummode. Sage ich immer, ja, macht mit Sicherheit Sinn. Einen tollen, ich hab viele Tonne analoge Geräte, ja, aber was hast du für einen Wandler? Ja. So, das heißt, es macht keinen Sinn, sich für 2000 Euro einen SSL Fusion zu kaufen, den ich dann irgendwie, durch ein geringer Interface, also dadurch oder durch ein Fokusreit, was auch immer, das Signalwandel, ja, um mir dann, also man erhofft sich ja, oder die Leute, die mir schreiben, erhoffen sich ja einen positiven Effekt davon, dass sie jetzt 2000 Euro ausgeben, für einen Fusion, da den Mix durchschicken und dann klingt alles super. Ja. Das ist auch gar nicht böse oder despektierlich gemeint, sondern das ist ja einfach, ich bin irgendwann vielleicht mal mit demselben Gedanken und du auch, haben wir schon oft darüber gesprochen, irgendwie losgezogen, ob das analoge Summingen oder was auch immer dann, das macht es jetzt besser. Macht es nicht, macht es anders. Okay, das ist mein Lieblingssatz heute. Nicht, dass wieder einer in die Kommentare schreibt, das wir zu oft am Ende des Tages gesagt haben. Ich habe gleich einen noch, der es tatsächlich besser gemacht hat, oder den verrate ich dir danach. Okay. So, deswegen bin ich auch da der Meinung, bevor man irgendwie Geld ausgibt und da ist der SSL Fusion ja noch relativ weit oben, wobei man sich auch da überlegen muss, dass das fünf Prozessoren in einem Gerät sind. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist nicht schlimm, weil immer alle sagen, ja, das ist doch ein Mastering-Gerät so. Ja, aber überlegt euch auch mal, dass da fünf Prozessoren in einem Gerät für 2000 Euro sind. Jetzt ist ja nicht immer alles, was teuer ist, gut und alles, was günstig ist, schlecht. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, wenn ich mir, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wo ich über Clones gesprochen habe, macht es jetzt Sinn, mir die gesamte Warm-Audio-Produktpalette an Clones hinzubasteln? Also, was ist der Vorteil am Ende des Tages? Ist es auch vielleicht der Workflow, dass man zu anderen Ergebnissen kommt, wenn man dran dreht? So. Aber dann sage ich, ja, mach das, auf jeden Fall tiptop, aber sorg dafür, dass du eine gute Wandlung auch hast. Nicht, dass da die Achillesferse ist, irgendwie, also, letzten Endes ist es ja immer, irgendwo ist das schwächste Glied in der Kette. Ganz oft, mit Sicherheit auch bei uns beiden, ist manchmal das schwächste Glied, sind wir selber. Das sitzt vorm Speaker, genau. Das ist dann, das ist an dem Tag vielleicht Schmack, das ist was auch immer. Schlecht gepinnt, gut gepinnt, Stimmung, warm, wie auch immer, genau. Und es ändert nichts, wenn du dir jetzt einen Warm-Audio-SSL-Buskompressor kaufst, werden deine Mixe nicht eine Stufe besser werden, als vorher. Sie werden anders sein und zwangsläufig wirst du einen anderen Workflow bekommen, weil du jetzt immer alles in Echtzeit rendern musst und wenn du wieder an den Mix ran musst oder möchtest oder wie auch immer, musst du das wieder aufschreiben und machen und tun. Das heißt, genau wie bei den Speakern, irgendwie, ich kaufe mir jetzt größere Speaker, also kann ich besser mischen. Ich kann auch da aus vielen Erfahrungen sagen, ich habe ja auch einige Entwicklungsstufen, was Lautsprecher angeht, durchgemacht irgendwie und kenne auch natürlich viele andere, die diesen, diesen Kampf sozusagen irgendwie geführt haben, gegen ihren Raum, gegen ihre Lautsprecher und so und am Ende des Tages, jetzt habe ich es schon doch wieder gesagt, verdammt, am Ende des Tages ist es so, mach das Beste aus dem, was du hast und wenn du dann der Meinung bist, es muss auch nicht immer, man darf sich auch mal was gönnen, irgendwie völlig richtig und wenn ich Bock auf ein Plugin habe und das ist der 27. Oder zu viel Geld auf der Bank und es wird eh nicht mehr wert. Das Problem kennen wir ja mit dem viel zu viel Geld immer das. Ich habe mir neulich ein neues Bankkonto geholt, mein altes war voll. Ja. Heute hast du aber, hast du aber, wolltest du klauen, frühstücken, aber war nicht mehr. Ich mache noch einen drauf, aber ich habe ja gesagt, es gab tatsächlich mal ein Tool in meiner Kette, das wirklich auf Anhieb einen besseren Sound gemacht hat und das war... Der externe Mastering Engineer. Nein. Das war in dem Fall eine externe Clock. Ja, das stimmt. So. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ganze Menge Outboard-Gear, ich hatte Wandler etc. pp. Und die wurden aber alle digital, der digitale Taktgeber war mein Audiointerface. Zu dem Zeitpunkt Motu. Ist ja jetzt nicht unbekannt für ihre Clock, die ist okay. und bin dann günstig bei Ebay an eine Rosendahl-Clock rangekommen. So. Und habe die dann eingebaut, dann hinten alle digitalen Geräte per BNC verbunden und so weiter und dann mal hin und her geschaltet zwischen der internen Clock aus meinem Motu und der externen Clock vom Rosendahl. Und es war sofort klar und das lag nicht an irgendwelchen Pegeln oder sonst was, ich habe ja nur die Clock umgeschaltet. Es war sofort alles irgendwo mehr da, wo es hingehörte. Und das war für mich faszinierend. Es war nicht dieses übliche Oh, da hat einer die Decke von den Boxen runtergenommen oder sonst was. Es war einfach alles klarer, sortierter und so eine Clock ist bestimmt ein Tool, dass wenn du mit viel Outboard arbeitest, mit Wandlern und mit Zwicky und Zuppi, das auf jeden Fall helfen kann, wenn du nicht die, klar gibt es auch Audiointerface mit guter Clock, wenn du ein Apogee hast, dann brauchst du keine externe Clock. Aber wenn du so in diesem Motobereich unterwegs bist, da hat tatsächlich die Clock damals richtig was gebracht. Ja, es ist natürlich so, es gibt so gewisse Dinge wie zum Beispiel der Wandler auch. Die meisten, die jetzt nicht mit Outboard arbeiten, werden sagen, ja irgendwie Wandler, okay, ja natürlich, du hast ja den Wandler zwischen, also in deinem Audiointerface ist ja der Wandler, das ist ja der Wandler, der letzten Endes aus deinem Computer, die Musik verarbeitet analog, damit es zu deinen Boxen kommt. Oder umgekehrt, wenn du aufnimmst, das Mikrofon ist ein analoges Signal, wird durch das Interface gewandelt. Warum sollte man da nochmal ein extra Gerät haben dafür? Ja. Und wenn man sich überlegt, dass dann so ein, ich schäume mich immer vor so Begriffen, aber ein Mastering-Grade Wandler, zum Beispiel der Solaris von Crane Song, den ich da habe, der kostet halt irgendwie, was kann ich, was der kostet, zweieinhalb Tausend oder was, ne? Und das ist nur der Wandler. Und wir reden über zwei Kanäle, links, rechts, nicht irgendwie über 16 Kanäle. Deswegen machst du auch keinen Atmos, ne? Du baust dir hier keinen Atmos rein, weil du nicht so viel Geld für die Wandler hast. Die Wandler sind das Problem, nicht die zusätzlichen Lautsprecher von oder dem Platz. Gott. Nein, nein, nein. Also es gibt natürlich so gewisse Punkte, finde ich, da kann man schon, wenn man, also meine Prioritätenliste wäre, Raum, ja, Schrägstich Raum, Akustik, erst mal zu gucken, wenn ich zum Beispiel ein Haus habe oder eine Wohnung, wo mehrere Räume in Betracht kämen, wo man sagt, okay, da ist entweder Schlafzimmer oder Studio oder wie auch immer, guckt erst mal, was ist rein von der Geometrie am besten theoretisch geeignet. Und da kann man mit Sicherheit auch mal zur Not mal einen Akustiker konsultieren und mal nachfragen. Die 200 Euro sind auf jeden Fall gut angelegt. Wenn es einfach nur erst mal, pass auf, das sind die Räume, das sind die Maße, was würdest du generell sagen, wo soll ich mich hinstellen, dann hast du schon mal ein ganzes Stück, wo du vielleicht blöde Fehler vermeiden kannst. Ja. So. Als zweites, wenn das klar ist, ein bisschen Raumakustik kann man auch do it yourself machen, wie du schon gesagt hast. Ja. Und wenn man sich einfach nur Billigregale kauft und die mit Steinwolle füllt und zum Beispiel machen ganz viele oder was auch immer, vielleicht kann man selber einen Holzrahmen bauen. Das heißt, Raumakustik, wenn der Raum so gut wie möglich dann ist, dann kommt als nächstes die Lautsprecher. Und wenn deine Lautsprecher Yamaha, wie heißen die? HS8. HS8, HS7, alles gut. Darauf kann man definitiv mischen. Absolut. Darauf kann man arbeiten. Aber die funktionieren auch dann am besten, wenn sie in einem guten Raum stehen oder in einem zumindest gut optimierten Raum stehen. Ja. So. Das heißt, dann erst mal die Lautsprecher, die man hat oder wenn man dann investieren möchte, klar macht es dann sind vielleicht Neumann, K120, K310, Adam, Audio, was auch immer, M4. Ja gut, das ist dann natürlich schon, M4 ist dann natürlich schon ganz weit oben, je nachdem, was für ein System du kaufst. So. Und dann irgendwann, wenn man dann wirklich sagt, so jetzt habe ich aber immer noch zu viel Geld auf dem Konto oder ich möchte vielleicht einfach in diese Welt, in diese analoge Welt, dann kann man sich immer nochmal überlegen, okay, vielleicht mal einen externen Pre-Am, wenn man jetzt wirklich Gitarre oder Gesang viel aufnimmt oder so, macht mit Sicherheit Sinn oder wenn man sagt, ach komm, ich kaufe mir jetzt mal einen 1176 oder einen Nachbau und wenn ich ihn nur nutze zum Recorden quasi selber, ne? Ja, genau. Um die Spur quasi schon vorzuforben. Ein bisschen vorzukomperieren. Alles cool, ne? Und wenn jetzt einer sagt, ich habe aber jetzt eine halbe Million gefunden, die muss ich jetzt ausgeben, dann kauft euch eine SSL-Konsole. Nein, kauft ihr eine Heizung. Oder kannst du einmal Heizöl auftanken für 500.000? Ja, viele SSL-Konsolen, also klar, gibt es heute moderne Geräte, aber viele von den SSL-Konsolen waren ja zeitlang nur noch die Heizung im Studio, weil... Ja, und die Mausablage, ne? Ja, ja, genau, die teuerste Mausablage der Welt. Also von daher, ja, also klar, kann man sich das alles gönnen, aber wir kommen immer wieder zurück, der Raum ist auf jeden Fall ein Ding. Es gibt aber halt auch viele Leute, die keinen Raum haben, ne? Die haben ein Bedroom-Studio, mehr Platz ist in der Wohnung nicht, Da steht halt ein wirklicher Schreibtisch, irgendwie so ein Rolltisch von Ikea, da ist ein Computer drauf, Kopfhörer, dann ist vielleicht gerade noch genug Platz da, alles gut, um die Instrumente an die Wand zu hängen, ne? Und auch auf 35 Quadratmeter, mit Wohnen und allem, kann man gute Musik machen. Definitiv. Du kennst den Raum, in dem Billy Eilish und ihr Bruder Musik gemacht haben? So, der Raum war, wenn der so groß war, wie dieser hier, ne? Und das war ein Schlafzimmer irgendwie. Naja, klar. Deswegen, also davon muss man sich freimachen, die Magie findet vor dem Mikro statt, ne? Und der Haupt, das Hauptproblem sitzt vor den Boxen. Was würdest du zu meinen M4-Nautsprechern noch sagen? Ich habe mit einem, mit einem Elektroingenieur gesprochen. Oha. Mit einem Dozenten an einer Universität und hatte den zum Thema Kabel gefragt, weil du ja gesagt hast, dass nur die M4-Kabel gehen. Und der hat mir einen ausführlichen Bericht zum Thema Kupfer und Leitfähigkeit und so weiter gegeben. Den erzähle ich dir jetzt aber gleich, weil wir verabschieden uns jetzt von unseren lieben Zuhörern, holen uns noch ein Käffchen, schmeißen uns noch ein Quarkbällchen in den Kopf und wünschen auf jeden Fall allen, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, ein schönes Osterfest. Lasst es euch gut gehen. Hast du noch berühmte letzte Worte, außer denen, die dein treuer Freund auf dem T-Shirt sagen würde? Eigentlich nicht so wirklich. Ich wünsche euch auch, schöne Feiertage, einmal direkt in die Kamera, wenn ihr das jetzt auch an Ostern hört und ich freue mich schon wieder, wenn du das nächste Mal wieder hier bist. In zwei Wochen erzähle ich von Dänemark, was mir da passiert ist. Ich nehme die Akustikgitarre mit, vielleicht ist mir da ja Musik passiert, wir werden es sehen. Ich fahre ja auch in Urlaub, aber dazu dann in zwei Wochen. Genau. Mehr. Mach's gut bis dahin und jassass. Ja, also der, ich habe tatsächlich länger mit ihm über diese Kabel gesprochen und er hat gesagt, er holt seine Kabel grundsätzlich im Kfz-Zubehörhandel. Okay. Okay. Okay.